Die Stadt Krummbach bietet den Einwohnern und Besuchern neben harmonischer Landschaft und viel Natur eine Vielzahl an Freizeit-, Wellness- und Sportmöglichkeiten. Die Bürger der Stadt haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadt zur Gesundheitsstadt zu entwickeln. Ein erster Schritt war der Kneip-Rundweg, der unter anderem zum Armbecken, Kreisleergarten und Barfußpfad führt. Ein Gang durch das Naturtretbecken im Krummbächlein regt die Durchblutung an und stärkt die Abwehrkräfte. Der ausgedehnte Stadtpark sowie zahlreiche Grünflächen bilden die grüne Lunge von Krummbach. Die Gartenstadt bietet zusammen mit dem Heilbad Krummbad ideale Bedingungen für Gesundheitsbewusstsein und Erholungsmöglichkeiten. Die Gesundheitswoche mit ihrem vielfältigen, abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein soll helfen, das Thema Gesundheit dauerhaft in den Köpfen der Menschen zu verankern. Die Stadtwerke Krummbach schaffen Lebensqualität. Heute und morgen. Eintauchen, entspannen, wohlfühlen. Sowohl im Freibad als auch im Hallenbad findet jeder Besucher das geeignete Becken, Planschen, Rutschen, Bahnen ziehen oder Aquafitness. In den städtischen Bädern fühlt man sich wie im Urlaub. Das Trinkwasser, das durch die Stadtwerke Krummbach zur Verfügung gestellt wird, trägt durch die enthaltenen Mineralstoffe und Spurenelemente zur Gesundheit der Einwohner bei. Krummbach. Wohlfühlstadt. Gesundheitsstadt. Krummbach. 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 Krummbach.